dankeschön also wie gesagt das wird eine ewigkeit ich hoffe dass du dir auch zeit ist für deine ewigkeit ja also ich versuche ein guter mensch zu sein ich versuche also ich glaube mit guter mensch kannst du nicht ins himmelreich gehen ja aber das sagt jeder über seine religion und deswegen ich bin neutral erst mal so ja wo der islam sagt du musst dir das himmelreich bediene anhand von werke jesus christus macht genau das gegenteil und sagt ich habe alles für dich gemacht mein lieber komme zu mir der du mühselig und beladen bist und ich will dir schenken brauchst du brauchst du brauchst du vergebung brauchst du gott in deinem leben musst in richtung jesus christus bewegt aber ist der koran teufelswerk oder was ist der koran absolut absolutes teufelswerk der koran ruft auf in zure 9 29 alle menschen der welt zu bekämpfen zure 9 25 und 29 sie zu unterdrücken und von ihnen zu verlangen machen das nicht also keine keiner der religiöses in meinem umfeld unterdrückt mich oder so also ja jetzt noch nicht das machen sie jetzt noch nicht weil sie nicht die stärke erreicht haben aber sobald sie die stärke erreicht haben sagt allah in surah 47 vers 35 ruft nicht zum frieden auf wo jedoch die oberhand haben werden sie sollen nur dann zum frieden aufrufen wenn sie in der unterzahl sind aber sobald sie die mehrheit gebildet haben in einem staat müssten sie die nicht muslime vor die wahl stellen dass das 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 prinzip wie mohammed auch gehandelt hat siehst du wie gefährlich der islam ist also ich finde wie jeder sollte die religion respektieren von dem anderen ja man sollte auf jeden fall kritisieren das ist okay ich kann sowieso dazu nichts sagen weil ich habe kein wissen du hast wahrscheinlich viel mehr wissen deswegen ja danke für deine meinung ich muss bestand noch selbst informieren darüber ich hoffe dass du dich damit auseinandersetzen für alles was ich dir gerade gesagt habe die augen die sache du wirst du wirst mir hundertprozentig recht geben wenn du das nachstiegs was dir alles gezeigt habe dann wäre ich sagen die größte lüge war niemals ein prophet ich weiß ich habe mich ein bisschen über jesus befasst also mit jesus befasst ich weiß dass er im koran auch erwähnt wird und er wird ja auch gar nicht so schlecht dargestellt also ich glaube die muslime sagen nur er ist nicht gott und die christen sagen er ist gott die juden sagen die christen sagen er ist gott jesus christus sagt selber er ist gott nicht die christen er selber sagt von sich ist gott genau das ist dieser eine wer ist wo jesus sagt der vater und nächsten eins das meinst du noch da ist nur dieser vers hast du die bibel gerade zur hand nein habe ich nicht ich lege gerade mit dem bett ja schreibt ihr das auf offenbar um 21 7 offenbar um 21 7 ja das kann ich mir merken genau offenbar 21 7 da sagt der jesus christus selber ich werde euer gott sein und ihr werdet meine kinder sein er heuchelt da schreibt einer im chat er heuchelt meint er mich leute egal ob er jetzt rumheuchelt oder nicht es geht darum dass ich ihn über den herr erzählen das ist genau weil ich habe eine beise nicht was in der vergangenheit die abgegangen ist die kommen hier rein schämen sich dass die muslime sind und auf einmal findet man heraus dass sie nach und nach eigentlich muss wie gesagt ich bin interessiert in jeder religion ich bin hier nicht um irgendeine religion zu verteidigen ich mag ich mag den humor ich bin halb türke halb deutsch aber meine eltern sind auch keine muslime wie gesagt ich habe viele also es ist auch sehr schwer in unserer familie vor allem von der türkischen seite aus wenn man sagt man hat keine religion das stimme ich schon zu dass dass die leute da ein bisschen nicht beleidigend es gibt natürlich paar leute die bisschen beleidigend aber das sind meistens die jüngeren leute aber eigentlich in meiner familie habe ich nicht sehr sehr probleme nur man wird ein bisschen so komisch schief angesehen das ist das ist das stimmt schon aber das gibt es auch von der anderen seite aus in der kirche habe ich das auch schon erlebt ja es gibt gute menschen in jeder religion ist die schlechte menschen in jeder religion würde ich sagen ja mal gesehen dass es so unzählige christliche terrororganisationen gibt ich habe nicht eine einzige sieht warum gibt es im islam auf einmal unzählige davon die im namen allahs am morden sind bis zum geht nicht mehr da liegt und sportlich naja wenn man nicht anschaut dann sieht man schon dass die christen und die juden auch schlimme werke machen können sondern also die jude also wenn man israel gerade anschaut was sie so machen also man ich würde nicht sagen dass nur die muslime die schlimmen menschen sind das habe ich ja nicht gesagt aber du siehst ja dass zum beispiel der islam die hamas hat ja die am charter den ausspruch von mohammad in saibukhali 29 26 der tag des jüngsten gericht kommt nicht eher bis sie die juden bekämpft und der stein hinter welchen sich ein jude versteckt wird sprechen o muslim hinter mir versteckt sich ein jude kommen und verpasst die nackentherapie verstehst du das ist einer der charter im hamas ich bin gegen krieg komplett also ich bin gegen islam beiseite ist nichts für dich das werden wir sehen ja wie gesagt ich werde den koran noch lesen ich lese gerade die bibel also ja aber es ist halt sehr komisch wenn ich videos sehe dass jemand sagt es gibt alte bibeln und paar verse nicht drin stehen die jetzt drin stehen und es gibt koran es gibt zwei gruppierungen glaube ich beim islam ich weiß nicht wie die heißen und die einen sagen so die anderen sagen so also jede religion hat genau ja sonniten und schia genau und in christentum gibt es die katholiken und protestant ja wie gesagt es gibt in jeder religion gibt es irgendwie komische gruppierungen die was andere sagen und die anderen sagen hat nein das stimmt nicht so es ist aber du musst ja dann hören was der sogenannte religionsführer dann gesagt hat das in dem fall dann jesus christus obwohl wir keine religion haben aber ich meine rein von dieser logik wenn wir eine religion hätten dann müssen wir schauen was der religionsgründer sagt und nicht was verschiedene denominationen sagt ja ja es schon recht hast schon recht da muss nichts dazu sagen ich hoffe und bitte will ich dass du eines tages zum herren findest weil es du spielst gerade russisch roulette wenn du keine entscheidung für den herr jesus christus getroffen hast hier auf erden wirst du für alle ewigkeiten verloren gehen ja das sagt jede religion das sagen die muslime von mir und du sagst das ist herausgefunden dass der islam absolut nicht von gott ist sondern von einem mann in die welt gesetzt wurde der seine gelüste versucht zu erfüllen durch diese religion was hältst du denn zum beispiel von einem religionsgründer der sagt wenn meine augen auf dir deine frau fällt da musst du dich scheiden lassen damit ich die punkt gucken was das für ein mensch für dich also in der heutigen zeit wird das wahrscheinlich nicht mehr gehen ich weiß nicht wie es früher war vielleicht dass ich gründe eine neue religion und ich bekomme anweisung von meinem gott dass wir über 20 privilegien gegeben wurde die nur mehr gegeben wurde und die kein anderen gegeben wurde und wenn ich dich auf der straße sehe wie du mit einer geliebten frau hand in hand rumläuft mit der du kinder sind über alles liebst und meine augen auf deine auf deine frau fällt musst du dich scheiden lassen auch wenn du nicht willst was hältst du von dir das ist so schon ich schon sehr streng ja das ist sehr streng auf jeden fall es ist streng oder bin ich das allerletzte schwein was auf der erde gibt ja ich will nicht beleidigen ja aber du musst doch du musst doch rein hypothetisch gesehen musst du doch sagen was in deinem herzen abgeht wenn ich komme und dir deine frau wegnehmen deine geliebte frau ist das ja das klingt schon sehr heftig das klingt natürlich krank ich bekomme noch die göttliche legitimation dazu das ist nicht nur so als würde ich meine ekelhaften triebe ausleben nein ich kriege sogar noch von gott die erlaubnis das zu tun dir das anzutun also ich kann nur so sagen von meiner vaterseite aus also von seiner familie aus er ist der türke und meine mutter ist deutsch und ich habe ich war auch einmal in der türkei und ich habe mit denen so ein bisschen paar tage zusammen verbracht und bis jetzt wirklich jeder christ und jeder moslem der religiös war war bis jetzt gut zu mir ich weiß nicht was für erfahrungen gemacht hast ich schaue halt nur am zu deines dreams lustig ich hätte ja fast zweimal mein leben verloren wegen der religion des friedens ja ok krass du siehst also dass es auf der einen seite muslime gibt die überhaupt keine ahnung von ihrer religion haben und einfach ihr leben leben genau wie du und dann gibt es muslime die ihre religion ernst nehmen und die worte von mohammed in die tat umsetzen und das ist gefährlich verstehst du das ist das gefährliche wenn muslime ihre religion ernst nehmen und dann vergiftet werden von diesem muslimischen geist was meinst du viele eltern angst haben dass sich die muslime mit dem islam so richtig beschäftigen weil es könnte ja sein dass sie auf einmal mit mit den ganzen texten des krieges konfrontiert werden und die aussagen mohammeds verinnerlichen und auf einmal aus ihnen voll die wahnsinnigen menschen wird verstehst du mohammed hat ja gesagt mohammed hat ja gesagt ich würde niemals wenn es eine einheit gebe die im namen allahs kämpft würde ich immer daran teilnehmen und ich würde es nie ich würde ich würde es lieben für allah zu sterben und wieder aufzuerstehen wieder zu sterben kämpfen aufzuerstehen wieder zu kämpfen sterben auferstehen was meinst du wenn ein muslim so was liest was wird aus dem ja frag dich das mal das muss sich jeder muslim fragen kommt halt auch darauf an in welchem bezug das mit dem kämpfen gemeint ist sagt ja eine kriegseinheit für die leute die gerade krieg führen ich würde an jeder an jedem dings teilnehmen an jedem feldzug ich glaube moses und noch ich weiß nicht wie es bei jesus ist aber ich glaube moses und noch haben ja auch krieg geführt gegen die ungläubigen ja aber die aussage dass sie dass der mohammed das liebt krieg zu führen und zu sterben menschen zu erledigen wieder auferstehen zum leben wieder zu kämpfen sterben auferstehen was ist das für eine aussage man hat moses sowas gesagt hat noah sowas gesagt hat samuel sowas gesagt nein weiß ich nicht ich habe nur gehört also so über die propheten ein bisschen dass die als gegen die ungläubigen gekämpft haben der herr hat ihnen natürlich verschiedene verschiedene wie sagt man befehle gegeben und sie mussten das auch ausführen aber diese diese lust am morden und am kämpfen und sowas das siehst du nur bei muhammad warum sind denn so viele milliarden leute so vom islam überzeugt das verstehe ich halt nicht so dann sind alle gehirn gewaschen haben alle gar keine ahnung vom islam das ist doch nicht auseinander mit dem islam die breite masse weißt du doch dass sie keine ahnung haben es ist doch immer die kleine minderheit über die mehrheit regiert immer schon so gewesen ich muss mal ganz konstanten ja 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 mach ruhig warum glauben mir so viele leute dass ich euch verarsche ich spreche türkisch er fragt mich was irgendetwas auf türkisch wenn türkische konnett schuldung so reicht das ich aber mein türkisch ist nicht perfekt oder so mein deutsch ist auf jeden fall besser als mein türkisch auf welcher seite in der video bist du nicht viel nicht viel ich schaue mir auch mehr videos an und wie gesagt ich habe halt vor paar tagen ein video gesehen das war auch auf tik tok wo der eine halt gesagt hat dass in der alten bibel manche versen nicht vorhanden sind die heute vorhanden sind deswegen bin ich auch hier und wollte die frage angestellen aber es wird ein längeres gespräch was machst du eigentlich bist du lkw fahrer oder ich bin mossad agent und arbeite für den staatsschutz ja ich bin aber flugzeug am fliegen deswegen helikopter so pass auf das ist mit der beste fahrer alles von tc gelernt lkw lkw ist das nicht das sprinter ist das sprinter hast du also lieferst du sachen aus oder wie ich bin ich bin jetzt schicherbar besitzer und habe sehr viel tabak danke ich will jetzt nicht sagen was du machst ja das ist nur cosinus hat es gezeigt cosinus hat gesagt ich bin gerade Air Force One am fliegen cosinus cosinus hat Air Force One gesendet Captain Dr. Shekaware steht zu ihren Diensten setzen Sie sich hin schneiden Sie sich an wir fliegen jetzt los auf geht's also du siehst also dass Mohammed überhaupt kein Vorbild ist für mich also ich lehne ihn als Vorbild als Propheten alles ab und ihr habt das schon damals erkannt als ich mich auseinandergesetzt habe mit dem Islam was für ein Mensch das ist merkt ihr das was ich dir gerade sage Surah 64 Vers 17 heißt es wer Allah ein gutes Darlehen gibt dem wird er auch das wird er etwas Gutes im Himmelreich geben wenn du dir dazu den Tafsil durchliest von Al-Kurtubi oder von Ibn Kathir dann siehst du wie der auf einmal der Mohammed den Abu Adarda so belabert hat und er hatte sehr viel Land dann hat er gesagt möchtest du Allah ein Darlehen geben also dein Land verkaufen damit du dir einen einen Platz im Himmel reservierst dann hat er gesagt ja klar der hat dem Mohammed natürlich vertraut und dann hat er seine ganze Länderei verkauft für einen Platz im Himmel stell dir mal vor ich komme zu dir und sage du hast du hast eine richtig coole Villa mit fette sagen wir schnell mit so Feld und Pferde und alles mögliche und sage zu dir hier Bro willst du einen Platz im Himmelreich dann sagst du mir ja klar will ich einen Platz im Himmelreich dann sage ich dir ja gib mir mal dein ganzes Haus sein Vermögen und ich werde bei Gott für dich eine Fürsprache einlegen damit du einen Platz im Himmelreich bekommst was würdest du von mir denken keine Ahnung du würdest sagen ich wäre ein Betröger richtig weißt du nicht keine Ahnung da weißt du auf einmal nicht ne da wärst du bereit auf einmal deinen Hab und Gut zu geben wenn jemand sagt ich werde dir das Himmelreich schon dafür versprechen wie ist das Himmelreich versprochen ich möchte hier nicht schlecht über den Christentum oder über den Islam reden ich wollte eigentlich nur eine Frage stellen Gott hat mit schlecht über den Islam zu tun es geht doch rein um dein Herz was es in dem Moment fühlt und denkt wenn jemand zu dir kommt und sagt möchtest du einen Platz im Himmelreich haben und du sagst ja klar möchte ich einen Platz im Himmelreich haben dann sagt er ja aber du musst mir dein gesamtes Haus dein Hab und Gut geben und ich werde dir einen Platz im Himmelreich bei Gott für dich einlegen was würdest du von mir denken wenn ich sowas sage wenn du ein Prophet wärst würde ich dir glauben ach so stell dir mal vor ich würde so tun als wäre ich ein Prophet ja keine Ahnung also es gab natürlich ich glaube es gab viele Leute die sich als Propheten ausgegeben haben ja das war leider so und Mohammed war einer davon genau Mohammed war einer davon ja kann sein weiß ich nicht also kann ja keiner wissen was ist das denn bitte du musst doch man kommt das so vor als versuchst du den Islam zu verteidigen nein ich sage ja her ich möchte also ich rede nicht ohne Wissen ich bin doch nur eine hypothetische Geschichte erzählt wenn ich zu dir käme und dir gesagt hätte ich gebe dir einen Platz im Himmel und dafür musst du mir aber dein gesamtes Hab und Gut gekennst noch Enkeltrick Betrüger ja natürlich wäre das schon sass würde ich mal sagen ja genau diese Enkeltrick Betrüger ist nichts anderes was im Format verzeichnet ist er würde kein Prophet machen glaube ich sowas sagen aber du siehst dass der Mohammed das gesagt hat er hat Abu Ardada das ganze Land weggenommen eines seiner Sahawis und hat ihn dafür das Himmelreich so Ablassbrief kennst du wie die katholische Kirche das damals getan hat gib uns dein Haus dein Hab und dein Gut und du kriegst einen Platz im Himmel das Betrug ist das ja kann sein nicht kann sein das ist so du brauchst dich nicht selbst zu belügen ich belüge mich nicht selbst ich hab den Koran nicht gelesen das hat doch nichts mit Koran zu lesen zu tun das hat etwas damit zu tun dass dein Herz die Wahrheit sagen muss wenn du so eine Geschichte liest also wenn die Geschichte wirklich so ist wenn jemand sagen würde gib mir dein Geld gib mir dein Gold oder sonst was dein Besitz, deine Reichtümer gib mal her und du kriegst einen Platz im Himmel würdest du Menschen vertrauen wenn jemand zu dir kommt nein nein wenn die Worte wirklich so waren dann nicht aha siehst du dann würdest du schon sagen hey ich glaube das ist ein Betrüger wer ist das wirklich so ist das wirklich so ist das wirklich so ja Sura 64 Vers 17 Tafsit Ebn Kathir oder auch Al Qutubi sie legen das dann aus und erklären die Geschichte ok guck ich mal absolut krank Sura was Sura 64 Vers 17 ok wie lange warst du eigentlich Muslim und mein ganzes Leben lang nur irgendwann habe ich mich damit beschäftigt so wie alle anderen Muslime auch sie lebten halt in dieser Jahlia Zeit vor islamischer Unwissenheit und an eines Tages wo der Verstand dann einsetzt und man sich Gedanken macht um seine Ewigkeit dann geht es natürlich los was nein nicht nur 74 Vers 17 hört auf Natalia bitte sowas nicht hier rein schreiben musst du hören Sura 64 Vers 17 nicht falsche Sachen hier rein schreiben Sura 64 Vers 17 was hast du gesagt was für eine Zeit ich hab das nicht verstanden Jahlia das nennt man vor islamische Unwissenheit Jahlia ach so ok ja das kann man auch auf diese heutige Zeit übertragen ja also ich screenshot das mal im Moment ja Sura 64 Vers 17 ok ja lese ich mal später im Moment liege ich gerade am Bett so ja was würdest du denn von einem Gott erhalten der zum Beispiel von dir sagt ich gebe dir das Himmelreich aber du musst für mich töten und getötet werden was würdest du von so einem Gott denken du musst töten um ins Himmel zu kommen ja ja das wäre kein guter Gott für mich das wäre kein Gott für mich alles klar dann ist der Islam für dich gar nichts Sura 9 Vers 111 krass also es ist wirklich so gewalttätig ja du kannst es ja selber lesen Sura 9 Vers 111 Allah hat von den Gläubigen das Paradies erkauft damit sie für Allahs Sache kämpfen und so sollen sie töten und getötet werden also das muss jeder Muslim machen um sicher ins Himmelreich zu kommen genau alle anderen müssen zittern weil Allah in Sura 66 Vers 8 sagt vielleicht werde ich ihnen ihre Sünden vergeben vielleicht Allah ist nicht sicher der hat deswegen sagt jeder muslim inshallah ich weiß nicht ob ich gerettet bin inshallah kannst du mit inshallah leben ich weiß nicht bist du deinem Lebensende zittern selbst wenn du im hohen Alter bist weißt du nicht ob du errettet bist du musst die ganze Zeit zittern ist das lebendiger Glaube ist das Hoffnung ist das Liebe ist das die Liebe Gottes also wenn das wirklich so drin steht wie du sagst dann ja dann ist das auf jeden Fall nicht meine Religion also siehst du also ist der Islam heute schon mal für dich Geschichte und jetzt hast du am Ende des Tunnels des Weges Licht der Herr Jesus Christus denn er sagt in Johannes 8 Vers 12 ich bin das Licht der Welt wer mir nachfolgt wird nimmer mehr in der Finsternis wandeln du befindest dich gerade noch in der Finsternis deswegen solltest du so schnell wie möglich aus der Finsternis raus und zum Licht zum Herrn Jesus Christus weil er in Johannes 14 Vers 6 sagt ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben niemand hier auf Erden kommt zum Vater als nur durch mich er ist die Tür er ist das Brot des Lebens er ist die Quelle des Wassers des Lebens wer von dem trinkt was Jesus Christus ihm gibt dem wird nimmer mehr dürsten das kannst du jeden einzelnen fragen der sich für Jesus Christus hier entschieden hat wie wundervoll der Herr Jesus Christus ist du brauchst dich weder für den Herrn Jesus Christus zu schämen noch in Jesus Christus hast du natürlich das beste Vorbild aller Zeiten den ewigen Gott gefunden und deine Seele in Sicherheit gebracht ist das nicht wundervoll? Ja hat Jesus mal Krieg geführt so? oder hat er mal Menschen getötet? noch nie eine einzige Seele krass der Herr Jesus Christus sagte wer zum Schwert greift wird umkommen durch das Schwert packt das Schwert ein ja keine Ahnung also meine Eltern meine Eltern sind komplett als die Begebenheit als die Begebenheit Jesus Christus verhaften wollten die Soldaten die römischen Soldaten hat der einer der Jünger des Herrn Jesus Christus hat der mit einem Schwert das Ohr des Söldners abgehoben also abgeschnitten und der Herr Jesus Christus hat nicht zu dem Jünger gesagt ja genau mach die platt befreit mich und so nein der hat gesagt lass ab davon wer zum Schwert greift wird umkommen durch das Schwert du siehst also absolute Gewaltlosigkeit weißt du was der Herr Jesus Christus getan hat mit den Leuten die ihn gerade verhaften wollen und ihn umbringen der hat die Hand an dem Ohr des Söldners gehalten und hat sein Ohr geheilt komisch Gänsehaut am ganzen Körper wie wundervoll der Herr Jesus Christus ist während Mohammed in Suche 80 einen blinden Mann wegschickt und sagt was habe ich mit dir zu tun geh mal weg der ihn was fragen wollte über den Islam siehst du wenn ein Blinder zum Herrn Jesus Christus kommt und ihm sein Augenlicht wieder gibt willst du meinen Herrn Jesus Christus mit Mohammed vergleichen das ist unglaublich das ist ein unterschiedlichen Himmel und Hölle wem würdest du eher folgen demjenigen der Menschen dem Blinden das Augenlicht zurück gibt oder Menschen mit heißen Nägeln die Augen rausholt das hat der Prophet gemacht der Mohammed das hat Mohammed gemacht mit Nägel die Augen raus geholt der hat heiße Nägel machen lassen und hat das in die Augen der Menschen gesteckt und raus geholt fuck was wirklich ja ja natürlich soll ich dir das zeigen ja bitte also für mich sind das alles Propheten so es kann doch nicht sein dass sie sowas machen ich habe auch gedacht dass er sowas nicht machen kann aber er kann sowas machen also darf ich hier nicht sagen wer Prophet Jesus tut mir leid sorry falls ich damit jemanden verletzt habe ja 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 vers 33 ich weiß nicht mal also gar keine ahnung wo man das nachschaut keine ahnung kein wissen darüber 6802 von menschen die hände und füße wechselseitig hier so und hat mit heißen nägeln augen so und hat sie in die wüste geschmissen was ist das also diese hat dies eigentlich ich habe das mal gehört ich habe mal videos von abba geschaut ist lustig diese sind aussprüche von mohammed die seine sahabat aufgeschrieben habe und die zugeschrieben werden also zwei buchadien muslim werden so als das authentisch gewerkt neben dem koran gesehen also wenn ich entscheidend für den islam und ein sunnitischer muslim wirst dann musst du das auch akzeptieren zwei buchadien muslim sondern anders sei mit der und sondern aber da gut das sind die sechs kanonischen solitischen bücher anerkannten authentischen büchern weißt du wo ich aber erkenne das war glaube ich von dir früher das mal so lustige videos über ihn gemacht gehabt auf youtube dann kannst du noch daran erinnern da habe ich einige mal auf ihn reagiert naja ich fand ich lustig ja wie gesagt sie ist also mein lieber ich bin im moment noch neutral also also ja wie gesagt das war eigentlich nur eine einzige frage vorhin das mit der bibel das war glaube ich auch ein christ der das wieder gemacht hatte aber ich habe seinen laden weiter nicht gespeichert ja vielleicht finde ich noch mal und da kann ich noch mal genaue infos dazu geben aber wie gesagt ich habe kein wissen du kannst mir sachen erzählen und dies und das und es hört sich echt alles krass an aber meine eltern haben nie was beigebracht über religion ich bin gerade so erst so selbst dazu zu kommen so mich darüber bist du zu informieren ich weiß auch nicht warum die leute denken dass ich lüge so keine ahnung wegen der vergangenheit habe ich doch gerade eben erklärt dass muslimi reinkommen und einfach ihren glauben verleugnen und sagen dass das die atheisten werden oder christen werden oder was auch immer und dann lügen sie und dann finde ich im nachhinein durch das gespräch heraus dass das einfach nur muslimi sind ach so okay ja also wie gesagt bei mir stimmt alles ja ich wünsche dir auf jeden fall bei der erfindung nach der wahrheit da war das ist eigentlich nicht sagen wenn ich keine religion habe das kritisiert da ich gesagt habe ich bete für dich obwohl ich keine religion habe davon das nicht aber das meine ich auch gar nicht mit religion aber ich dachte wer ist denn dieser gott zu dem du betest ach so dass du das meinst du ja ja also für mich ist gott einfach der uns erschaffen hat dass jeder gute mensch und jeder schlechte mensch zur rechenschaft gezogen wird für mich ist das immer mit gott aber hat dieser gott einen namen oder hatte dich einfach hier auf die erde gelassen und gesagt ich bin einfach gott oder wie war es kriegt einen anruf ich habe gerade anrufen von der staatsschutz bekommen ich muss aber langsam raus ich muss später arbeiten ich habe spätschicht ich wünsche dir alles gut dass das dich segnen und sich zu dich zu sich dankeschön ich wünsche dir auch alles gut rein ich wünsche dir einen tag oder das wäre also doch eventuell auf der suche so ein bisschen unsicher ich habe mir sein schläft ja 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 aber wenn es weder ein agent noch irgendeinen staatsschutzbeauftragter oder sowas dr schere abu hamil ist einfach nur ein normaler bürger der sich einfach traut ihr seinen mund aufzumachen in der öffentlichkeit und seine meinung gut zu tun und ist ihm egal was für konsequenzen dass das auf ihn zukommen so ist das dr schoan hat es bestätigt dr schoan hat es bestätigt seht ihr er ist moslep weil er Bart hat genau alle die Bart haben sind Muslime alle alle Alle, die sechs Meter Bärte haben, sind alles Muslime. Aber es ist schon echt heftig, dass der Mohammed die Augen von so Menschen da rausholt. Das ist unglaublich. Was für ein Vorbild. Da wundert man sich, warum der islamische Staat genau solche Gräueltaten dann vollzieht. Voll übt. Ausübt, genau. Es gibt da so ein heftiges Video vom islamischen Staat, wie sie auf die grausamste Art und Weise die Menschen so am Foltern sind und sie erledigen. Da gab es eine Szene, wo die Muslime des islamischen Staates, dass zwei, also ein Mann an Händen und Füßen so befestigt haben an Panzer und die Panzer sind in entgegengesetzter Richtung gefahren. Was meinst du, woher haben diese Muslime des islamischen Staates ihre Aktionen her? Machen sie das einfach nur, weil sie krank in der Bürde sind oder haben sie es doch von jemandem gelernt bekommen, der so etwas Ähnliches getan hat? Was meint ihr? Gibt es jemanden bei den Muslimen, ihr Vorbild, der so etwas Ähnliches getan hat? Nein, nicht Bagdadi, das ist der Mohammed selber. Der Mohammed, der Gründer des islamischen Staates. Er hat eine über 80 Jahre alte Frau umkirfen. Hat er an zwei Seilen binden lassen, an Kamelen, ja genau, an Pferde oder Kamele, da ist man sich unsicher, was es war. Und dann haben die die alte Frau in zwei Hälften zerrissen. Die war die Stammesführerin eines Dorfes und sie hat dann die volle Härte des Islams zu spüren bekommen. Merkt euch den Namen, Umkirfa. Da steht in der ältesten Biografie von Mohammed die Geschichte, als er dieses Dorf überfallen hat. Und die Frau war Stammesführerin. Und daher kam dieser berühmte Satz, eine Frau, eine Nation, die von einer Frau geführt wird, wird niemals erfolgreich sein. Das war Mohammeds Aussage in Bezug auf diese Frau, Umkirfa. Eine 80-jährige alte Frau. Und zu unserem Erstaunen stellen wir wieder fest, dass Mohammed die schönste Frau, nämlich die Tochter von dieser Umkirfa, für sich wieder mitgenommen hat. Und diese Tochter von Umkirfa musste dann mit dem Mörder ihrer Familie dann... Da könnt ihr euch dann vorstellen, was Mohammed, was das dann war. Pferde. Unglaublich. Und das soll der beste Mensch sein, der je gelebt hat. Der beste Mensch aller Zeiten. Ist das der beste Mensch aller Zeiten? Der beste Mensch. Und das soll draußen. Gelnd ist. Der beste Mensch aller Zeiten. Dr. John hat es bestätigt, den kriegen wir nicht mehr weg, dieses Dr. John hat es bestätigt, Das ist so krass. Einfach nur. Ich komme jetzt sofort wieder. Gott segne euch, ihr wundervoll. Lass den Kleinen in Ruhe, ihr kleinen Banausen, ihr. Da steckt sein, kann keine Ruhe. Das ist so krass. Das war's für heute. Ein tierisch bester Freund. Ja, ehrlich. Der ist wenigstens... Ich komm sofort wieder. So, was ist hier los? Warum werden denn die ganzen Kommentare immer ausgeblendet? Ich verstehe das nicht. Wer eine Bibel braucht oder will, auf meiner Seite ist der Link. Okay. Ja, einige Stichworte sind jetzt so eingestellt, dass sie dann auch gesperrt werden. Heftig. Komisch. Komisch. Löwe. Löwe, genau, der Löwe. Wild Animals TV. Möge Allah dich recht leiten, Bruder. Nein, ein Schienbein kann niemanden recht leiten, das weißt du. Was, ein Schienbein? Ein Schienbein kann niemanden recht leiten, zwei rechte Hände kann niemanden recht leiten. Bruder, mein Gott ist kein Schienbein. Mein Gott ist der Herrscher der Welt, der König, der größte. Ja, wie kann ein Schienbein denn der Herrscher der Welt sein? Wer ist dein Schienbein? Erklär mal. Mein Schienbein? Ja. Mein Schienbein ist mein Schienbein, aber mein Gott ist Geist. Was, Geist oder Jesus? Ja, mein Gott ist Geist. Vater, so ein Heiliger Geist. Du hast drei Götter, Digga, du hast drei Götter. Mach mal auf, mach mal auf. Mach mal auf. Dein Gott wurde versklavt und gekreuzigt. Was ist das für ein Gott? Ja, aber Gott hat sich auch angekündigt. Dein Gott wurde von einer Ziege fertig gemacht. Was ist das, was? Was redest du? Ist es nicht grausam, dass du zugeben musst, dass dein Gott von einer Ziege kaputt gemacht wurde? Bruder, oder ich bin Moslem. Bruder, Bruder. Ich bin kein Buddhist. Ich weiß nicht von welcher Religion du redest. Ich weiß nicht von welcher Religion du redest. Ich weiß nicht von welcher Religion du redest. Aber eine Ziege... Hä? Was ist eine Ziege? Ja, eine Ziege. Erzähl mal. Erzähl mal. Dein unwissendes Wissen. Erzähl mal. Ja, so ein Ebenevater. Hadith 1944. Der Hadith-Budarzt hat dann eingestuft. Okay, warte. Gegenfrage. Gegenfrage. Warum? Warum erlaubt dein Gott die Säuglinge zu töten? Warum erlaubt dein Gott die Säuglinge zu töten? Was ist das für ein Gott? Warum erlaubt dein Gott die Säuglinge zu töten? Stimmt nicht, stimmt nicht, weiter, nächste Frage, stimmt nicht, nächste Frage, stimmt nicht Unser Prophet, unser Prophet hat früher mit den Juden und den Christen zusammengelegt Allah hat also den Gesinnflut gebracht, stimmt nicht, habt ihr gesehen, das sind Muslime Atheisten, sie sind manchmal Atheisten, aber man hat schon Muslime, so wie es ihm passt, merkt ihr das? Wo ist Jesus? Wo ist Jesus? Warum deckt er den Teufel nicht auf, dem wir folgen? Komisch, wo ist Jesus? Also laut deiner Religion ist so, 3 Vers 55 ist Jesus im Himmel Ja, und deiner wurde verflucht angeblich am Kreuz Nein, meiner wurde nicht verflucht, meiner hat den Fluch auf sich genommen Dein Gott heißt Allah und Allah im Hebrischen mit einem L bedeutet der Fluch Guck mal, Digga, dein Gott wurde verflucht, dein Gott wurde gekreuzigt Was, was versuchst du hier gegen mich zu starten, verstehst du das, dass du dich mit Ich frage dich ganz normal, ich frage dich ganz normal Sobald du etwas sagst, schau nur den Spiel davor Ganz normal, beruhig dich mal Sobald du etwas sagst mit deiner Unwissenheit, schau nur den Spiel davor Ich frage dich, gib mir eine Antwort, okay? Ich frage dich, ich frage dich genau, ich frage dich Warum erlaubt dein Gott Säuglinge und Frauen zu töten? Ja, warum erlaubt dein Gott Säuglinge und Frauen zu töten? Na ja, erst mal antworte drauf, antworte drauf, in der Bibel steht, Jesus hat es erlaubt Komisch Jesus hat es erlaubt Im Eintestament steht doch sowas, oder nicht? Ja, da steht ja alle Du hast doch wahrscheinlich alle Bieten gelesen Das ist ein Gott, der sein Urteil auf verschiedene Völker setzt Was, wie gehst du damit um das Allah zum Beispiel, die Fluchtgeworden hat und da unter Babys waren? Ah, die Säuglinge konnten was dafür, für das Volk Ah, die Säuglinge konnten was dafür, dass sie von Allah überflutet wurden Ah, stimmt, die Säuglinge konnten was dafür Sehr gut, als Allah die Fluchtgeworden hat, was war denn da drunter? Bruder, such dir lieber einen Gott, der nicht gesklagd wurde Such dir lieber einen Gott, der nicht gekreuzigt wurde Such dir einen mächtigen Gott Such dir einen mächtigen Gott Such dir einen Gott, der nicht auf Toilette gegangen ist Such dir einen Gott, der nicht krank wurde Such dir einen Gott, der nicht gekreuzigt wurde Der nur am reden ist, der will nur reden Merkt ihr das? Wie ein Atheist Sie sind manchmal Atheisten Greifen auf einmal die Bibel an Aber wenn man denen sagt, dass der Gott selber Frauen und Kinder umlegen hat lassen Dann sagen die auf einmal, nee, das stimmt nicht Das ist nicht so Ganz krank sind die Leute Ja, sie sind manchmal Atheisten Manchmal Muslime Vielleicht auch mal Buddhisten Also von allem etwas Ja, nochmal für alle Wenn Gott sein Urteil auf verschiedene Völker setzt oder spricht Dann müssen wir auch beachten, was haben diese Völker getan? Haben sie selber Kinder geopfert? Haben sie selber schlimme Dinge getan? Hat Gott mit ihnen Geduld gehabt? Was ist denn der Kontext der Geschichte? Oder ist Gott einfach so jemand, der einfach irgendwas macht? Das ist Quatsch, das ist doch völliger Unsinn Aber im Islam sehen wir auf einmal, dass der Gott des Islams Einen kleinen unschuldigen Jungen umbringen lässt Wegen Vermutungen, Leute Wegen Vermutungen Surah 18, Vers 74 Ich habe auch eine hitzige Diskussion gehabt Mit so einem Moslem, mit so einem Sternchen oder wie die auch heißt Töte vom Rinde bis zum Schafe Vom Kleinkind bis zum Säugling Alles Ja So ist das Wenn Gott sein Urteil spricht auf verschiedene Völker Dann müssen wir beachten, was ist dort geschehen Was ist passiert Sofort Wir haben ja das Internet zur Verfügung Wir können ja studieren Wir können ja herausfinden Was ist dort passiert Ja, ja, genau Aber die lesen es in einem komplett falschen Kontext Dass sie sagen Ja, Gott erlaubt Kinder umzubringen Das stimmt doch gar nicht Ja, aber der Allah hat doch auch erlaubt Kinder umzubringen Durch Mohammed Ja, aber echt Aber das wollen die nicht sehen, ja Das lesen die nicht Also Du siehst also, dass sie eigentlich Atheisten sind Die ihren eigenen Gott selbst hassen Merkst du das? Ja, na klar Was steht denn im Hadith bei denen drin? Der einzige, von denen sie Angst haben Ist der Könige der Könige Wer ist der Könige der Könige? Jesus Christus Jesus Christus, Amen So sieht es aus Die Gericht halten über Mohammed Und die gesamte Menschheit Und er wird sie da hinschmeißen Wo Mohammed und Allah hinkommen In Offenbarung 2010 Das Tier und der falsche Prophet Die sie verführt haben Werden gepeinigt werden Von Ewigkeit zu Ewigkeit Im Feuerseeland Amen, Amen Die zittern vor diesem Namen, ja Und Gott hat mir jetzt die Antwort Natürlich, die die wohl zittern, Jesus Christus Gott hat mir die Antwort durch dich gegeben Amen, Halleluja Ich wollte die ganze Zeit schreiben Aber dann bin ich hier reinkommen Da war die Diskussion schon dieses Thema, ja Ja Ja, wenn die Muslime zu euch kommen und sagen Ja, der Gott der Bibel ist ungerecht Der tötet einfach Kinder Dann kannst du ihm sagen Dein Gott selber hat die Sinnflut gebracht Waren darunter nur normale Menschen Oder Menschen, die schlimme Dinge getan haben? Nein Darunter waren Frauen, Kinder, Säuglinge, alles Was haben denn diese Säuglinge getan? Ja, ja, ja Also, dann fang erst mal bei deinem Gott an Dann kannst du zu Gott der Bibel kommen Aber ehrlich Aber wenn du das dann so sagst Dann sagen die Ja, beantworte mir doch erst mal deine Frage Ja, beantworte du doch die Frage Warum stellst du mir denn die Frage Wenn dein Gott dasselbe macht So ist das Ganz genau, so ist das Der Allah selber prüft doch die Geschichte Und sagt, ja, ich habe die Sinnflut gebracht Ich habe Noah und seine Familie als einzig überleben lassen Und in Nadisen steht da 21a Da, wo der Mohr mir zum Morden aufruft, ne? Ja Und was macht Jesus? Jesus sagt, leg das Schwert weg Das ist der Unterschied zwischen Himmel und Hölle So sieht's aus Okay, mein Bruder, was segnet dich? Was segnet dich, mein Lieber Mach's gut Willst du es nochmal versuchen, WildAnimalTV? Kannst du dich beruhigen und normal reden Oder willst du einfach drauf losreden? Okay, Bruder, lass normal reden, komm Ja, ich merke, du kannst einfach nicht normal reden Du lässt ja auch niemanden ausreden Nein Du beleidigst meinen Propheten Das ist das Problem Aber du beleidigst doch selber deinen Propheten mit deinem Verhalten Mach ich nicht Ja doch Nein Wo habe ich ihn beleidigt? Ja doch Du beleidigst ihn mit deinem Verhalten Indem du den Gott der Bibel angreifst Obwohl er sagt Ich glaube an den Gott, der die Tore herabgesandt hat Und den, der es offenbart hat Also was ist denn los mit dir? Ja, also an Gott, aber nicht an Jesus Das war ja nicht Jesus Aber Jesus ist doch Gott Wer hat aus dem Dornenbusch gesprochen? Für dich Wo sagt Jesus einmal, ich bin Gott? Wo sagt Jesus einmal, ich bin Gott? Offenbarung 21.7 Ist gefälscht, wurde korrektiert Wir wissen, jeder hier weiß, jeder Christ hier weiß Jeder Christ hier weiß Ist gefälscht, wurde korrigiert, das war, das ist die Antwort Ja, der Ida wurde verfälscht Warum kam der Koran denn? Warum kam der Koran denn? Warum kam der Koran denn? Sobald es nicht mehr passt, ist alles gefälscht Seht ihr das? Ja, aber warum kam der Koran denn? Der Koran kam, um Mohammeds Begierden zu stehen Also ein Mann, der nicht lesen und schreiben konnte, konnte so ein Buch verfassen Also, ja Soll ich dir beweisen, dass er lesen und schreiben kann? Hä? Soll ich dir beweisen, dass er lesen und schreiben kann? Danach, aber nicht am Anfang, als der Koran, als Jibri lesen und schreibt Nein, nein, als Jibri a.s. zu ihm kam, ihn besuchte in der Höhle, konnte er nicht lesen und schreiben Er konnte lesen und schreiben die ganze Zeit, erzähl nicht so blöd Informiert ist richtig Ich bin am PC, weil es Google hat mehr wissen als du Sogar Google hat mehr wissen als du Der Koran sagt, dass er ein Analphabet war bis zum Ende Und auf einmal sehen wir, dass die Hadithe dem widersprechen Und er trotzdem lesen und schreiben konnte Koran geht über Hadithe Und welche Hadithe? Ich dachte, die Hadithe sind beständig den Koran Ja, sag mir ein Hadithe, der widerspricht Bitte was? Sag mir ein Hadithe, der dagegen widerspricht, aber bitte von Buchhari oder Muslim Der widerspricht, was soll er widerspricht? Dass Mohammed kein anderer Alphabet war am Anfang Der dagegen widerspricht Beweis, dass wir Du kennst den Hadith von Buchhari, als der in seinem Sterbebett lag Und danach kommt er erleben, was verschreibe, damit ihr was schreift Weißt du, weißt du, die Himmelsfahrt, weißt du, was da passiert ist? Du warst ja früher Muslim, ne? Ja, auf dem Rücken von Burak mit so einem fliegenden Einhorn in den siebten Himmel geflogen Warum machst du dich darüber lustig? Machst du dich über Gott lustig? Hab ich gelacht? Hab ich gelacht? Gott kann alles machen Hab ich gelacht? Hab ich gelacht? Jesus hat doch blind geheilt Jesus hat doch blind geheilt Es gibt Wunder, ja? Propheten haben Wunder gemacht Ja, warum hat denn dein Mohammed nicht blind geheilt? Hä? Jeder Prophet hat andere Wunder Okay, was war das Wunder von deinem Prophet? Der Koran, die Himmelsfahrt, genug Der Koran ist das Wunder? Ein Mensch, der nicht lesen und schreiben konnte, kann so ein Buch verfassen, müsst ihr mir sagen? Also, so ein lächerliches Buch? Sollen wir mal gucken, wie lächerlich das ist? Es ist nicht lächerlich Nicht beleidigen Okay, ein Gott Nicht beleidigen Nicht beleidigen Bevor wir normal reden, nicht beleidigen Das waren deine Worte Ich sage dir, warum ich sage lächerlich Du kannst kritisieren Ich sage dir, warum ich sage lächerlich Ich sage dir, warum ich sage lächerlich Ich sage dir, warum ich sage lächerlich Ich erkläre dir Genau lächerlich, aber ich sage es nicht Okay, dann lass mich erklären, dann kannst du erklären, warum lächerlich Okay, dann sag, fang an Okay Dein Gott sagt in Zuche 86, Vers 6 bis 7, dass die Frauen Spermien haben, das in ihren Rippen sitzt Ist das wahr oder ist das lächerlich? Warum ist das lächerlich? Hast du studiert? Hast du nachgeschaut? Du glaubst, dass Frauen Spermien haben? Hä? Du glaub... Noch mal Sag ich noch mal Du glaubst, dass Frauen Spermien haben? Sag mir mal, sag nochmal die Koranweise, schau nach, dann kann ich besser darauf antworten Suche 86, Vers 6 bis 7, Tafseel über Kaffee Gib mir kurz einen Augenblick, ich bin am PC, schau nach Also du sagst, also da steht, Frauen haben Spermien Ja, der Tafseel erklärt das dann Suche 86, Vers 6 bis 7 Suche 86, da steht bei mir einfach nur, das ist Vers 4, Vers 4, es gibt keine Säle über die der nicht ein Hüter eingesetzt ist So soll der Mensch doch hinsehen, worauf er erschaffen ist Er ist aus sich ergießendem Wasser erschaffen Das zwischen der Lände und der weiblichen Brust hervorkommt Wo steht das Spermien? Weiblichen Brust? Wo steht das Spermien? Erklär es mir Welches ist denn das Wasser was zum Leben erweckt? Das ist doch die Spermien Oh mein Gott Oh mein Gott Weißt du woraus der Mensch erschaffen wurde? Aus einem sprudelnden Wasser, was ist dieses Wasser? Also Gott hat uns mit Spermien erschaffen, das ist deine Logik Lies mal, was ist das sprudelnden Wasser, erklär mal Deine Logik ist Gott hat uns mit Spermien erschaffen In deinen Augen Ist das ein Pannetyp? Bruder, hör mir doch zu Gott hat uns nicht mit Spermien erschaffen Gott hat uns aufs Erde geformt Da kannst du nur lachen Da kannst du nur lachen Ey wie Panne bist du eigentlich? Deine Frage, okay ich hab jetzt geantwortet Jetzt kommt meine Frage Warum erlaubt ihr Ich lache über deine Antwort Ich lache über deine Antwort Du hast doch keine Antwort Ja die Frage war falsch von dir Da steht nichts mit Spermien Meine Frage Wenn ich also lüge heißt das Dass ich ein Idiot bin und keine Ahnung vom Islam habe Ja ich kann ja nichts dafür, dass du ein IQ 55 hast und das nicht verstehst Okay ich verstehe das nicht Schlag mal den Tafsit von Ibn Kathir auf Mach ich aber erst antworte auf meine Frage Erstmal schlägst du das auf Nein 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 Hallo Erstmal schlägst du das auf Damit wir alle lachen Nein 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 Erstmal schlägst du das auf Erstmal schlägst du das auf Erstmal schlägst du das auf Damit wir alle lachen über deinen Gott Warum erlaubt Gott Säuglinge zu töten In deinen Augen Okay erstmal schlägst du das auf Danach gehen wir zu Säuglingen Eins immer nach dem anderen Wer zählt nicht das Thema Wer zählt nicht das Thema Gehst du Tafsit mit Kathir Koran ist vor meinen Augen Da steht nichts mit Spermien Mein lieber Öffne den Tafsit von Ibn Kathir Schäm dich nicht Gott Hab ich nicht Tut mir leid Kann ich nicht Aber hast du Internet zum Tippen ne? Ja Aber Internet Tafsit finde ich nicht Gibt es nicht Tut mir leid Ich sage dir kein Problem Doktor Shekhabu amir hilft dir Kein Problem Wir wollen alle über deinen Gott lachen Über diesen Gott Diesen Gott der sagt Dass Frauen Spermien haben Im Koran steht nichts von Spermien Bruder Hast du gerade eben gehört Das spudelnde Wasser Aus das der Mensch erschaffen wurde Ja aber Aus dem Brot der Frau Aus dem Brot der Frau Und den Länden des Mannes Du bist doch krank Bruder Was befindet sich denn Zwischen den Länden des Mannes Bruder du bist doch krank Ein Gott hat doch die Menschen Nicht mit Spermien erschaffen Guck dir das mal an Er sagt ich bin krank Und er sagt zu seinem eigenen Prophet Dass der krank ist Weil er sagt das selber Schreibt dir das auf Sunan Anasai Hadith 200 Der Grad des Hadiths ist 200 Is Sahih Korrekt Authentisch Dein Prophet hat gesagt Der Messer der Allah sagt Ein Mannes Wasser ist dick und weiß Und ein Mannes Wasser ist dick und weiß Und ein Mannes Wasser ist dick und weiß Welcher von ihnen kommt Oder Hör mal zu Hör auf zu lachen Rede normal Der Prophet sagt Dass die Frauen Spermien haben Das Dünn und Geld ist Und dass die Spermien des Mannes Dick und weiß sind Und welches auch immer zuerst kommt Den wird das Kind ehnen Nimm diese Aussage Deines falschen Propheten Geh mal zu einem Biologen Und erklär ihm das Wenn Gott das gesagt hat Wenn das wirklich so im Tafsier stimmt Dann stimmt das Ganz einfach Okay Jetzt meine Frage Meine Frage Seht ihr auf einmal sagt Ja dann stimmt das Weil er auf einmal sagt Ja dann stimmt das Aber im Koran steht das nicht so Aber wenn es im Tafsier so steht Okay dann stimmt es Der Mann sagt es doch eindeutig Und der Tafsier bestätigt mich doch Okay Bruder Jetzt meine Frage Erstmal gehst du den Tafsier bei uns auf Okay ich Warnung schämst du dich Warnung schämst du dich Warnung schämst du dich jetzt gerade Obwohl du das Internet hast Obwohl du das Internet hast Nicht den Tafsier aufzuschlagen Hallo Ich will zum Christen Ich will zum Christentum Ich will zum Christentum Okay Jetzt frage ich mich Jetzt frage ich mich Jetzt frage ich mich Ja aber ich kann nicht Ich kann nicht Ich kann nicht Ich kann nicht Du schämst dich die Frage zu beantworten Du schämst dich auch Dann habt ihr ein Thema abgearbeitet Oder du gehst raus Ja okay ich gebe es zu Das stimmt Jetzt meine Frage Darf ich fragen? Was stimmt? Was stimmt? Was stimmt? Wenn Allah sagt Das ist ein Blödsinn an Im 21. Jahrhundert Wer sich für den Islam entscheidet Der hat sein Gehirn in das Bein von Allah Gekracht Das wollte ich nur hören Habt ihr gesehen? Habt ihr das gesehen? Wie er auf einmal verzweifelt gesagt hat Ja okay Die Wissenschaft sagt nein Die Frauen haben keine Spermien Dass hier zwischen den Rippen von der Frau sitzt Und wer auch immer zuerst kommt Dem wird das Kind ähneln Das ist eine falsche Aussage Mohammed hat ja bewiesen Dass er ein falscher Prophet ist Und deswegen sagen sie Wir glauben den Koran mehr als den Wissenschaftlern Und das war's Wer sich für den Islam entscheidet Der hat sich entschieden Bewusst in die Hölle zu fahren So ist das Eindeutig Wenn Allah das sagt Habt ihr das gehört? Wenn Allah das sagt White Animal Ich bin gestorben Danke, dass du uns eine Freude bereiten hast Ich Ich hätte dich drinnen gelassen Wenn du den Tafsih noch gelesen hättest Ich hätte dich noch Bist du bereit den Tafsih noch zu lesen für uns? White Animal White Animal Ich hole dich wieder rein Wenn du den Tafsih für uns liest Ist das ein Angebot? Das sind also diese Wunder im Islam Guck mal was dann Ali Dawa sagt Mit 900.000 Abonnenten Schau dir das an Schau dir das an Was Ali Dawa sagt Die Wissenschaft Die Wissenschaftlichen Wunder Wo viele Hunderttausende von Nicht-Muslimen Was um Islam konvertiert sind Und sich haben täuschen lassen Von dem Islam Sagt einer der größten Apologetischen Kanäle Der Muslime Sagt Alle wissenschaftlichen Wunder im Koran Wurden widerlegt Wurden widerlegt Das war's Muslime selber vernichten den Islam Heftig Was für eine Blamage Und da haben wir diesen Gehirn gewaschenen Deutschen Der hier auf TikTok Seinen Unwesen treibt Dieser deutsche Muslim Oder was der so aussieht Wie der Wie der Sohn von Kapital Bra Der sagt Maschallah Leute Konvertiert zum Islam Guck mal was der Koran für wissenschaftliche Wunder Hervorgebracht hat Ein Betrüger Genau wie die anderen Die ihn betrogen haben Und der in den Islam eingetaucht ist Aufgrund der wissenschaftlichen Wunder Die nicht existieren Arme arme Seelen Arme arme Seelen Habt ihr euch täuschen lassen Von dem Teufel Habt ihr euch täuschen lassen Von dem Teufel Habt ihr euch täuschen lassen Von dem Teufel Hört nochmal Guck mal Der scientifische Arme Der ist Die Bank Und wir als Muslim Guck mal Der ist Der ist Der ist Der ist Der ist Guck mal wie doof Der Ali Dauer ist Habt ihr einen gehirnloseren Wie den gesehen Das heißt Wenn Allah Fehler gemacht hat Bezüglich der Wissenschaftlichen Wunder Dann kann man den Koran Ja in die Mülltonne schmeißen Weil Allah wollte ja prüfen Dass er Gott ist Deswegen hat er ja diese Wissenschaftlichen Wunder Im Koran reingepackt So dumm So dumm In der Birne Sie haben ihr Gehirn In Allahs Bein Reingetan Mehr ist das nicht Wer hat Angst vor Allah Wer hat Angst vor dieser Religion Sie können nur mit Gewalt Die Leute zum Islam zwingen Gewalt und Täuschung Islam without lies dies Islam ohne Lügen stirbt morgens tot Gott sei Dank Gott sei Dank haben wir die Wahrheit herausgefunden Das Internet ist eine Waffe gegen den Islam Damals wäre das ja noch undenkbar gewesen Du müsstest also die ganzen Bücher alle durchgehen Aber die übersetzen alles und stellst ins Internet So heftig ist das Ganze Und jeder kann sich bedienen Keiner hat eine Ausrede am Tag des jüngsten Gericht Keiner von euch Ihr habt alle von Gott einen Verstand bekommen Und ihr hättet ihn einsetzen können Ihr werdet alle für eure Taten bezahlen Für alles was ihr getan habt Dass ihr den Sohn Gottes verworfen habt Der stellvertretend für euch bezahlt hat White Animals Willst du uns vorlesen die Tafsir? Dann kommst du hoch White Animals Ja mach ich Okay, alles klar Dann komm rein Ich hab den Tafsir vor mir Beruhig dich, okay? Was? Ich hab den Tafsir vor mir Beruhig dich Okay Auf Deutsch Nicht auf Englisch Nein, bitte Schlag mal bitte auf Marlin.org Ich hab den vor mir Ich lese jetzt vor, okay? Dieser Mensch Ist von einer herausfließenden Flüssigkeit Die von dem Mann und der Frau herauskommt Es sind Ergüsse Die durch den Geschlechtsverkehr Zustande kommen Und kaum Stopp Nein, warte Ich lese fertig Stopp Man kann nicht mitnehmen Sattgottwaffe Man kann nicht mitnehmen So künftig Ich lese weiter 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 So Habt ihr dann also gesehen Wie ich dich auseinander genommen habe Du lässt deinen eigenen Gott beleidigen Deine eigene Gehörte Und deinen Propheten Du lässt mich mal einem Menschen ausreden Wie peinlich bist du Lass doch mal ausreden Kannst du mir aber sagen, dass ich jetzt gelogen habe Willst du mir aber sagen, dass ich jetzt gelogen habe Willst du mir aber sagen, dass ich gelogen habe Willst du mir sagen, dass ich gelogen habe Guck mal, du liest ein Koranmess bis zur Mitte und sagst du verstehst den Lass mich doch ausreden Ich bin raus Ich bin raus Ich bin raus Ich kann das nicht mehr halten Raus 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 Der liest den Tafzin noch gerade vor und sagt, ne das sind die Spermien Wie krank, wie krank, wie krank Ich krieg gleich, ich krieg gleich, mein Gehirn explodiert gleich Er hat es gerade noch gelesen und sagt, nein, kein, kein Spermien Habt ihr was Beklopteres als das gerade gehört? Ich kann nicht mehr, das steht mir bis hier oben Versteht ihr jetzt, warum ich solche, solche, so ne, so ne, wie nennt man das Innerlich ja so Wut bekommen auf den Islam, was der Islam mit den Köpfen der Muslime angestellt hat Wie unfähig sind meine ehemaligen Glaubensgeschwister die Wahrheit zu erkennen Traurig und wütend zugleich, kennt ihr das Trauer und Wut? Und dann, wenn ich hier bin und ihnen die Wahrheit sage, machen sie mich noch an und wollen mir noch Nackentherapie verpassen Schaut euch das bitte an Das kannst du keinem erzählen, was hier abgeht Das kannst du keinem erzählen Er liest es gerade für uns vor und sagt, nein, das ist Sperma Aus einem Akt zwischen Mann und Frau Was passiert da? Spielen die miteinander auf einmal Poker in dem Akt? Walahi 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 Ich mach Diss-Track gegen euch! Oh leih, oh leih! Ich mach Diss-Track gegen euch, gegen alle! Aber ohne Beat! Ja! Wo ist Eddie? Das ist ein Mann, das ist ein Erwachsener. Diskutier doch mal normal, ohne Lachen und ohne Kicken. Ganz normal. Aber du hast es doch gerade gelesen und dann sagst du nein! Du hast mich dich mal auslesen lassen. Ergüsse, oder was denn für dich Ergüsse? Antworte mir, was denn für dich Ergüsse? Haben Frauen keine Ergüsse? Der Freund kriegt Spaß Ergüsse, wie guckt ihr das mal an? Ein Erwachsener Mann! Also es gibt nur Spermien, die Ergüsse sind. Es gibt keine anderen Ergüsse. Das ist deine Auswahl. Ey komm, raus mit dir! Nein, ich kann das nicht mehr gehen. Soll ich den anpissen oder was? Bist du krank in der Birne? Es geht um den Arkt zwischen Mann und Frau! Gibt es noch andere Ergüsse, sagt er! Oh, Herr Jesus Christus, was ist hier bloß los? Was ist denn hier los? Red Bull! Red Bull! Das kannst du keinem erzählen! Es gibt doch nicht nur ein Ergüsse! Es gibt mehrere Ergüsse! Pinkeln die sich an oder was? Wie kann man das ohne Lachen aushalten? Sag es mir! Wie kann man das ohne Lachen aushalten? Sauna-Aufgüsse! Ja, die sind in der Sauna und dann kommen Ergüsse und Ergüsse! Aufgüsse und Ergüsse! Man nennt das doch nicht umsonst Samenerguss! Mein Lieber, du bist doch ein Erwachsener, Mann! Du hast doch zwei Gehirnzellen! Zwei Gehirnzellen reichen doch aus, um eine vernünftige Diskussion zu führen! Das kannst du keinem erzählen! Was erzählst du da, Mann? Ja, der schämt sich gerade für sein Koran! Er muss mit ansehen, dass Allah Unsinn erzählt! Eindeutig Unsinn! Und das durch die Ausleger des Korans! Und Mohammed sagt selber! Hört euch das bitte an, Leute! Ja, der schämt sich! Sura 86 6-7 erklärt ganz selbstsicher, der Mensch wurde aus einer herausschießenden Flüssigkeit erschaffen, die zwischen Lenden und Rippen herauskommt. Wie kommt der Koran wohl zu einer derart erstaunlichen Behauptung? Wie? Zuerst müssen wir uns wohl überlegen, was sich denn überhaupt zwischen Lenden und Rippen befindet. Dort sind die beiden Nieren gelabert. Nieren! Der Koran meint also offensichtlich, dass die Samenflüssigkeit des Mannes in den Nieren gebildet werde. Schon die alten Griechen wussten, dass der Urin in den Nieren gebildet wird und nahmen fälschlicherweise an, dass die Samenflüssigkeit, die er letztlich durch den Gleichen... Der Galen! Galen, von dem Mohammed das kopiert hat zu den damaligen Zeiten. Griechischer Philosoph und Arzt und alles. Der hat das ja in seinem Buch, in seinem Werk aufgeschrieben gehabt. Und das war ja weit verbreitet in der arabischen Welt. Mohammed hat einfach den wissenschaftlichen Stand kopiert, in seinen Koran aufgepackt und niemand hat ihn in Frage gestellt. Alle haben das akzeptiert, okay, alles gut. Aber im einundzwanzigsten Jahrhundert fliegt die ganze Sache ja total auf! Was ist das Problem, was wir haben? Ihr Muslime, ihr schwimmt in groß der Gefahr, Mann! ...kanal aus dem Körper austritt, ebenfalls von dort statt. Das ist aber ganz offensichtlich falsch. Der männliche Same schwammt ja, wo man erst viele Hände herausgefunden hat. In den Hoden? Aus dem Hoden. Boah, was Alana sagt! 22, 12 bis 14 beschreibt die Entstehung eines Kindes im Mutterleib. Und wahrlich, wir erschufen den Menschen aus reinstem Ton. Dann setzten wir ihn als Samentropfen an eine sichere Stätte. Dann machten wir den Tropfen zu einem Blutklumpen und den Blutklumpen zu einer Leibesfurt und formten die Leibesfurt zu Knochen und bekleideten die Knochen mit Fleisch. Völliger Blödsinn, die Stadien, wie ein Mensch sich entwickelt. Völliger Quatsch, was der Koran da behauptet! Leider ist an dieser Beschreibung gar nichts wissenschaftlich. Als erstes ist kein Mensch aus einem Samentropfen entstanden. Ein Tropfen besteht aus Millionen von Samen, wovon die meisten absterben und nur eine einzige Zelle lebt. Der entscheidende Faktor ist dabei das weibliche Ei. Davon weiß der Koran offensichtlich gar nichts. Obwohl... Der Allah... Der Allah sagt, dass die Frauen Spermien haben und dass der Mann Spermien hat. Wer auch immer zuerst kommt, das wird dann mit der Erlaubnis Allahs zu einem Kind. Entweder Mann oder Frau, entweder Mädchen oder Junge. Schaut euch diesen Müll an! Tafsir Ibn Kathir Das kann jeder von euch selber machen. Zuge 86 Vers 6-7 Tafsir Ibn Kathir Und nicht nur Ibn Kathir. Also die fast alle Ausleger des Korans sagen dasselbe. Hier, die Überschrift Die Art und Weise, wie der Mensch erschaffen wurde ist ein Beweis dafür, dass Allah ihn zu sich zurückbringen wird Pass mal auf Er wird aus hervorsprudelndem Wasser erschaffen Das heißt, die essexuelle Flüssigkeit, die aus dem Mann und der Frau hervorkommt Seht ihr? Das sagt Allah, das meint Allah damit Somit wurde das Kind von beiden mit der Erlaubnis Allahs gezeugt Aus diesem Grund, sagt Allah Ausgehend zwischen dem Rückgrat und den Rippen Das bedeutet, das Rückgrat oder die Lenden des Mannes und die Rippen der Frau Was sich auf ihre Brust bezieht Shabib bin Bishel berichtete von Eklamar Der von Ibn Abbas überlieferte, dass er sagte Ausgehend zwischen dem Rückgrat und der Rippen Das Rückgrat des Mannes und die Rippen der Frau Es ist die Flüssigkeit, die ist gelb von feiner Textur Das Kind wird nur aus beiden geboren Das heißt, ihre essexuellen Flüssigkeiten Keine Eibefruchtung Allah ist das unwissendste Wesen Was geht, Mann? Das ist eine Katastrophe Das müssten wir eigentlich in jede Schule reintun Damit die Muslime aufwachen und nicht aufhören zu morden wegen dieser Religion Der Islam ist eine Katastrophe, Leute Ihr fährt zur Hölle, wenn ihr mit dem Islam in den Tod geht Der AntOMajiste Masautre gången Musik Er hat vier Abbas überlieferte, wenn man glaube ich wirklich von Univcentage Es ist passiert, wenn man genau vom Modell Er hat sie ein, was fa prosecut other Wiebald diese gute Gemüse Wiebald die Regel willst du wieder kopfschmerzen machen wo du machst dir selbst kopfschmerzen tut mir leid nein du bist selbst ignorant das ist das problem du kannst ja du nimmst die andere du nimmst die meinung von anderen nicht an das ist das problem du denkst weil die weil die 200 christen die die zuschauen ein paar smileys posten wenn du irgendwas sagst denkst du du hast recht das ist dein problem du bist du bist kaputt im kopf hör doch mal zu wie entsteht ein baby wie entsteht ein kind schüttel nicht den kopf antworte ok thema wechsel thema wechsel ich will dir keine kopfschmerzen machen du bist zu dumm um das zu verstehen ich habe eine frage über den bibel zu verstehen obwohl ich gerade sein problem vorgelesen habe warum erlaubt jesus babys zu töten das verstehe ich nicht siehst du jetzt weiß ich wieder aus und mit dem an mir doch da mir ich verstehe das nicht warum erlaubt jesus babys zu töten wenn er doch gott ist welcher wird würde sowas machen du kannst dich einmal richtig antworten richtig antworten das steht in der bibel drin das ist kein problem mein lieber ein du hast doch gerade zu mir gesagt was ist das für ein gott der sowas macht richtig also du gibst dazu dass dein gott das erlaubt hat dass jesus der friede und die gnade ist der jesus christus sei mit euch allen ihr lieben ihr wisst euch wurde ja gerade auf dem anderen account auf dem neben account auch wieder gesperrt und deswegen poste ich hier auch noch mal ein video damit die leute darauf aufmerksam werden wenn es jemanden gibt der einen großen account hat und den nicht mehr braucht der kann mir den gerne zur verfügung stellen dass ich wieder live gehen kann ansonsten werde ich mir einen neuen account erstellen und dann werde ich das hier posten damit ihr mit auf dem dritten neuen kanal dann folgen könnt ja wir leben in absolut kranken zeiten die die mich versuchen aufzuhalten und zu melden absolut geisteskrank absolut da seht ihr mal was für eine detonation das ganze auslöst weil viele muslime aus dem islam austreten eine entscheidung für jesus christus treffen und erkannt haben dass der islam einfach nur ein schwindel ist ja lasst uns weiter die gute arbeit vollbringen und die finsternis aufdecken aber gott segne euch die lieben